Soll ich Felix den Clan holen? Welchen Felix? Gott! Ja, den richtigen! Wie der Bercy? Was soll denn das jetzt heißen? Das spielt grad gar nicht mehr, aber ich kann fragen, ob er wieder anfängt. Er spielt doch ein UD oder nicht? Nein, nein! Felix! Wenn wir vom gleichen Felix drehen! Achtung! Pass auf! Pass auf! Nein! Getreten! Getreten! Du wurdest getreten! Felix, du bist so gut! Ist er ihn gefahren? Ja! Alles! Er hat gepusht! Ich schwöre, Faith kann Facts machen, er kann alles ein bisschen! Aber er kann nichts perfekt! Ja eben! Ich glaub, man will leben! Da wohnt einer! Ich hab's! Nein, und rot! Leid noch! Auch getent! Ja! Ja! Ich glaub, der ist verrückt! Ja! Ich bin gelieft! Scheiße! Ich will nicht in seinem Channel! Nee! Was? Nee! Nicht das mit dir! Was? Nicht das mit dir! Geht aus! Ey, Beth, Beth! Stimm! Aber sollten keinen mehr haben! Der hat drei Shots drin! Und das mit dir heim! Es ist immer höher! Ich muss das mit dir beachten! Fahnen Einer in der Base Einer Base, Einer Base, Einer Base Ich könnte es machen 13er Down Oder? Ne, zwei in der Base, zwei in der Base Ja, einer war noch in der Crip Einer, 13er ist Down, ne? Ja, die pushen halt zu zweit auf mich Helme absichtlich keinen, ne? Kannst du? Schön Die würde ich einfach lassen Dich One-Hit runter nucken lässt Ja, ich hab einen, ich hab einen Ich hab beide Junge, du Spassi Und hier lag einfach ein Stick